Wir haben darüber auch schon mal gesprochen, aber ich möchte es nochmal auffrischen, und zwar das Thema Freundschaften. Wenn du eine Freundschaft richtig stärken möchtest, dann lohnt es sich sehr intensiv, viel Zeit miteinander zu verbringen. Wie ist man eigentlich ein guter Freund und was bedeutet das alles? Es lohnt sich auch, die Rolle des Connectors einzunehmen. Und das waren immer die Momente, wo die Freundschaft tiefer geworden ist. Gerade Dreierkonstellationen können auch immer sehr konfliktbeladen sein. Für mich die Nummer Eins Eigenschaft, um ein guter Freund zu sein, ist... Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und zum letzten Mal in dieser Serie virtuell gegenüber von mir sitzt der gute Friedemann. Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, Florian, ich muss sagen, ich freue mich darauf, morgen wieder zu Hause anzukommen. Ich bin jetzt gerade noch in meiner Wohnung in Kolumbien. Ich habe hier noch vier Stunden und dann werde ich mich später heute in den Flieger setzen und zurück nach Hause reisen. Und ich weiß nicht, ob man es mir vielleicht ein bisschen auch ansieht. Ich muss sagen, ich habe viele, viele Wochen nicht unbedingt des besten Schlafes hinter mir. Das liegt unter anderem daran, dass es hier einfach super laut ist, die ganze Zeit. Meine Wohnung ist auch ein bisschen ungünstig gelegen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das habe ich vorher so nicht kommen sehen. Dass die, obwohl ich im 20. Stock bin, trotzdem nachts so laut ist und dementsprechend schlafe ich einfach sehr unruhig. Obwohl ich sogar mit Ohrstöpseln schlafe. Genau, aber das ist nur einer der Gründe. Anderer Grund ist, ich war auch echt viel auf Salsa-Partys, auch unter der Woche eigentlich fast jeden Abend immer irgendwo bis ein oder zwei Uhr nachts Salsa tanzen. Und das geht natürlich auch auf den Schlaf. Und ich muss sagen, ich freue mich schon sehr darauf, wieder zu Hause zu sein und einfach ruhig, friedlich, einmal richtig schlafen zu können. Yes, Friedemann. Und das wirst du auch können. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich war die letzte Woche segeln und das war alles super, alles top, richtig schön. Bestes Wetter, hatte die beste Zeit. Aber so eine richtige Dusche und ein richtiges Bett hat nochmal eine ganz andere Qualität, die man ansonsten gar nicht so wahrnimmt. Und das sind quasi die Basics, die man im Leben hat, für die man nicht wirklich dankbar ist, die aber die Grundlage für ein gutes Leben sind. Und über genau so ein Thema möchte ich heute auch mit dir reden, lieber Friedemann. Ich möchte mit dir über ein anderes Basic-Thema reden, wofür man vielleicht öfter dankbar ist als für ein gutes Bett. Was aber trotzdem ähnlich wichtig für ein schönes und erfülltes Leben ist. Und wir haben darüber auch schon mal gesprochen, aber ich möchte es nochmal auffrischen. Und zwar das Thema Freundschaften. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du die letzte Woche mit Freunden verbracht. Ich habe auch die letzte Woche mit Freunden verbracht. Und ich würde gerne von deinen Erfahrungen hören, wieso sind Freundschaften wichtig, wie baut man Freundschaften auf, wie pflegt man Freundschaften und wie ist man auch ein guter Freund? Weil es gibt viel Content zu, wie ist man ein guter Business-Manager. Es gibt viel Content dazu, wie ist man ein guter Gründer. Es gibt viel Content dazu, wie ist man ein guter Boyfriend oder eine gute Girlfriend. Aber selten höre ich was dazu, wie ist man eigentlich ein guter Freund und was bedeutet das alles. Darüber möchte ich heute mit dir reden, Friedemann. Ja, finde ich ist ein sehr schönes Thema. Ganz kurz vorweg. Liebe Leute da draußen, wir sind gerade auf der Suche nach Verstärkung für unser Video-Editing-Team. Falls da draußen jemand ist, der Lust hat, uns zu unterstützen, insbesondere im Reels-Bereich und Video-Editing-Skills hat, dann gerne einmal bei uns melden und dann gucken wir mal, ob wir da zusammenkommen. Genau, ganz kurzer Shoutout nur. Jetzt direkt zum Thema. Freunde. Es gibt so viele verschiedene Arten von Freundschaften. Das finde ich so interessant, weil zum Beispiel, was wir jetzt haben, wo wir uns zusammenfinden und wieder reflektieren über unsere Erlebnisse der letzten beiden Wochen oder unserer beiden letzten Wochen. Das ist eine andere Art von Freundschaft als die Freundschaften, die ich jetzt zum Beispiel hier in den letzten Wochen auf meiner Kolumbien-Reise aufgebaut habe. Weil ich weiß nicht, ob du das, also meine Schwester und ich, wir haben früher hin und wieder hier dieses Computerspiel gespielt, Sims heißt das. Kennst du das? Ich kenne es, aber habe es nie wirklich gespielt. Ich weiß aber, dass es so eine virtuelle Welt aufbaut ist, wenn man miteinander schläft, hieß es Techtel-Mächte. Das weiß ich. Genau, das war damals immer besonders interessant. Und da gibt es so zwei Balken, die immer über einer Person schweben, wenn die miteinander interagieren. Und zwar sind das die Beziehungsbalken. Und der eine Balken, der steigt recht schnell und der sinkt auch recht schnell wieder. Der andere Balken jedoch, der muss sich über viele, viele Tage und Wochen hinweg aufbauen. Und wenn was Gutes passiert, dann steigt dieser Balken so ein bisschen. Wenn wieder was Gutes passiert, dann steigt dieser Balken wieder ein bisschen. Wenn das Vertrauen gebrochen wird, dann steigt der Balken, je nachdem was passiert ist, entweder ganz in den Keller oder einfach nur so ein bisschen runter. Auf jeden Fall der zweite Balken ist ein bisschen träger. Und ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich recht, also da ist tatsächlich ein Stückchen Wahrheit dran, auch bei echten Freundschaften. Du hast diese Freundschaften, die sehr schnell, wo man sich sehr schnell sympathisch findet oder auch super unsympathisch, aber wo vielleicht noch gar nicht so dieses Fundament dahinter ist. Und dann gibt es die Freundschaften, die sich über Jahre hinweg aufgebaut haben, wo richtig dieses Fundament dahinter ist, wo der zweite Balken sehr aufgefüllt ist, aber wo der erste Balken trotzdem auch mal richtig niedrig sein kann. Und wo man sich vielleicht gerade mal nur in die Haare kriegt oder einfach gar nicht sehen kann oder einfach mal Abstand braucht. Genau. Und ich hatte vor allem jetzt gerade in der letzten Woche viele Freundschaften, die von der Kategorie der erste Balken sehr hoch, schon fast am explodieren. Und der zweite Balken aber eigentlich noch gar nicht so wirklich was dahinter. Also so ist es halt auf Reisen. Ich lerne hier viele, viele Leute kennen. Also an der Tagesordnung ist es so, dass ich neue Freundschaften schließe. Und es wird sich dann zeigen, ob dieser zweite Balken sich über die lange Zeit hinweg dann auch füllen wird. Hängt natürlich auch damit zusammen, ob man überhaupt dann langfristig noch Kontakt miteinander haben wird. In der Regel ist es leider eher nicht so. Aber aus der Erfahrung heraus, so eine Person von zehn sieht man dann doch irgendwann nochmal wieder. Oder man, genau, wenn man sich richtig gut verstanden hat, plant man vielleicht einfach mal spontan irgendeinen Trip zusammen und so. Und dann hat dieser zweite Balken auch die Gelegenheit zu wachsen. Und genau, aber ich denke, das ist vielleicht ganz interessant, weil ich hatte jetzt eher Freundschaftentyp erster Balken hoch. Und du hattest jetzt in der letzten Woche viel Zeit mit Freundschaften, die du schon länger kennst, wo der zweite Balken vielleicht schon ein bisschen ausgereifter ist. Und da vielleicht mal die Unterschiede sich anzuschauen, das finde ich recht interessant. Ja, das stimmt. Okay, finde ich klasse. Ich habe das noch nie so betrachtet auf dieser Skala. Ich finde es auch gut, dass es bei Sims genauso abgebildet wird. Bei mir war das so, dass wir, ich mache mit einem Teil von meinen Freunden aus München, die ich aus meiner Zeit in dieser studentischen Unternehmensberatung kennengelernt habe, mache ich einmal im Jahr eine Segelreise. Und das war jetzt erst das zweite Jahr. Aber im letzten Jahr war das so cool, dass wir uns dazu entschlossen haben, das jedes Jahr zu machen. Und jetzt nach diesem Mal ist es quasi in Stein gemeißelt, dass wir das jedes Jahr machen. Und wir haben jetzt auch schon einen Termin fürs nächste Jahr, um das zu machen. Und wenn du auf dem Segelboot bist, dann ist es sehr hilfreich und sehr notwendig, dass man sich einigermaßen gut versteht. Und ansonsten ist es vielleicht dann doch ein bisschen zu eng und man hat auch keinen richtigen Platz, um sich zurückzuziehen. Und was ich interessant fand, auch zu deiner Analogie mit den beiden Balken, ist, dass diese Gruppe jetzt nur zu 50 Prozent aus den Leuten bestand, die zu meiner Kernfreundesgruppe in München gehört und zu den anderen 50 Prozent von Leuten, die ich nicht so gut kannte. Und jetzt ist es aber die zweite Segelreise gewesen und jetzt kann ich die zweite Segelreise mit der ersten vergleichen. Und in der ersten Segelreise, das war alles super, alles toll, alles neu und in der allerersten Rhetorikfolge, die wir gemacht haben vor einem Jahr, da beschreibe ich auch, wie das Segeln war und wie schön es ist, morgens einfach aufzuwachen, türkisblaues Wasser zu sehen, so wie es sonst nur auf dem Malediven gibt, reinzuspringen morgens, das Leben zu genießen. Alles ist entschleunigt, man isst richtig gutes Essen, man hört nur Naturgeräusche, man ist eins mit der Natur und alles wird entschleunigt. Und so Sachen, die normalerweise Mittel zum Zweck sind, werden zum Ziel an sich selbst. Also normalerweise esse ich, um zu essen, es sei denn, es ist mal ein schönes Abendessen, aber beim Segeln, da isst man und zelebriert das Essen. Man fährt oder segelt und zelebriert das Fahren oder Segeln und man schwimmt und zelebriert das Schwimmen, man singt und zelebriert das Singen, egal was man macht, man zelebriert es und macht aber gar nicht so viel. Und das ist das, was es so entschleunigt. Und dieses Mal war es von meinem inneren Gefühl noch ruhiger und noch ausgeglichener als letztes Mal. Und ich hätte dir letztes Mal gar nicht sagen können, dass es nicht super ruhig und ausgeglichen war von innen. Aber ich habe bei diesem Mal gemerkt, dass ich noch mehr Vertrauen zu all den Leuten hatte, noch, dass der zweite Balken größer geworden ist im Vergleich zum ersten Mal. Insbesondere bei denen, die ich noch nicht so gut kannte. Bei den anderen war der Balken eh schon voll. Und das hat nach innen hin die Freundschaft sich noch besser anfühlen lassen. Also die Freundschaft hat sich innerlich noch besser angefühlt als beim ersten Mal, wo es noch ein bisschen mehr Aktivitäten getrieben war. Also beim ersten Mal war es wichtig, dass man Sachen macht, wo man ganz viel lacht dabei und so. Und es ist auch gut, dass bei Gesprächen dann keine, nicht nur awkward Pause entsteht. Und all solche Sachen waren Sachen, an die man hätte denken können beim ersten Mal. Ich jetzt nicht unbedingt. Aber jetzt beim zweiten Mal habe ich gemerkt, wie viel vertrauter das war. Wie viel ruhiger das war, wie viel schöner das war, einfach neben den anderen Personen zu sein. Ein Mädel auf der Yacht meinte, das Schönste, das Highlight von diesem Urlaub war, dass sie das Gefühl hatte, dass sie einfach sein konnte. Und das fand ich sehr treffend für das Gefühl, was ich auch hatte. Und das einfach sein zu können, hängt glaube ich stark damit zusammen, wie sehr der zweite Balken ausgereift ist. Wohingegen der erste Balken, der so aus dem Moment heraus entsteht, das ist ein nicer Vibe. Aber da weiß man nicht, ob man wirklich so sein kann, wie man möchte. Da weiß man nicht, ob man jetzt wirklich eine Woche eng zusammen auf dem Segelboot miteinander verbringen möchte. Oder ob das jetzt auch reicht, nach drei Stunden High-Dopamin-Interaktion, ob man danach vielleicht nicht einfach mal nach Hause gehen möchte, entspannen möchte. Oder ob man eine Pause voneinander braucht. Da hast du recht. Möchte man die Pause miteinander verbringen und findet man Erholung in der anderen Person? Genau. Oder ist es eher, dass man denkt, okay, das war jetzt so viel Action, das hat richtig viel Spaß gemacht, aber jetzt sehen wir uns erst morgen oder übermorgen wieder. Oder ist es jemand zum Beispiel bei dir, habe ich das Gefühl, bei dir ist es eher Erholung, weil manchmal chillen wir auch einfach nur rum und lassen so die Gedanken kreisen, reflektieren über irgendetwas, erzählen uns irgendwas und lassen es dann runterfahren, entspannen. Und dafür muss aber dieser zweite Balken, der muss richtig vorhanden sein. Ja, das ist absolut recht. Wie baut man den zweiten Balken auf? Ich glaube, zwei Sachen, Zeit, viel Zeit miteinander zu verbringen und die Zeit aber auch wertvoll zu gestalten und verschiedene Perspektiven reinzubringen. Also sich nicht immer nur in der gleichen Situation zu treffen, sondern mal irgendwie was Actionreiches zusammenzumachen, mal was Ruhigeres zusammenzumachen, vielleicht sogar zusammenzuarbeiten, irgendwas, das hängt ja mal auf die Art der Beziehung zusammen. Aber wenn es jetzt einfach nur eine reine Freundschaft ist, würde ich sagen, nicht nur Kaffee treffen und rumsitzen, sondern auch mal richtig was Actiongeladenes machen. Und dann, wie auch mit den, da haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, über die immersiven Lernerfahrungen. Wenn du was sehr schnell gut lernen möchtest, dann lohnt es sich richtig einzutauchen. Und ähnlich ist es auch bei einer Freundschaft. Wenn du eine Freundschaft richtig stärken möchtest, dann lohnt es sich sehr intensiv, viel Zeit miteinander zu verbringen. Und ich glaube, es geht kaum besser als auf einem Segelboot. Das stimmt. Für eine Woche gefangen zu sein auf 10 Quadratmeter, das ist schon, oder ich weiß nicht, vielleicht 20. Es war ein 16 Meter Boot. Also vielleicht 16. Ah, okay, dann ist es schon mehr. Dann sind es wahrscheinlich 30 plus, ich weiß nicht, hat es zwei Etagen sozusagen. Nee, nee, nur eine Ebene unten und oben der Bereich. Ja, okay. Na gut, aber auf jeden Fall auf engem Raum. Ich denke, das funktioniert schon ganz gut. Und dann aber natürlich auch lange Zeit, weil jetzt einfach nur ein einziges Mal eine Woche zusammen intensiv verbracht zu haben. Ich weiß nicht, ob ich danach der Person mein Leben anvertrauen würde. Aber wenn man das immer wieder gemacht hat und sich über Jahre hinweg kennt, dann ist es schon was anderes. Und zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass du es auch kennst, dass du mal sehr intensive Zeiten mit Leuten verbracht hast und daraus tolle Freundschaften entstanden sind, aber man sich danach aus irgendeinem Grund nicht mehr wiedergesehen hat oder für eine lange Zeit nicht. Danach war das Vertrauen jetzt nicht, vielleicht war immer noch eine gute Basis da, mit der man weiter, auf Basis, auf deren Basis man weiter arbeiten könnte. Aber nach einem Jahr oder so ist dann das Vertrauen nicht, lange nicht mehr so hoch. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Freundschaften, die Freunde, die ich jetzt seit vielen, vielen Jahren habe, die ich jetzt aber gar nicht so oft sehen muss, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Wo ich weiß, ich kann die jederzeit einfach anrufen und es ist zack wieder wie früher. Und genau, weil damals sozusagen einfach dieser zweite Balken sehr aufgefüllt wurde. Mittlerweile haben wir die AMC Hackers als unseren offiziellen Partner gewonnen. Wir haben nämlich so oft im Podcast von den AMC Hackers erzählt, bei denen wir selber seit 2019 Mitglied sind, dass die irgendwann davon zugekommen sind und meinten, hey, sag mal, wollen wir nicht eigentlich mal eine offizielle Sache draus machen? Und genau, da sind wir mehr als gewillt zu und tatsächlich auch, genau, wir würden es auch mit niemand anderes machen, wenn wir da nicht selber entsprechend jahrelang Erfahrungen haben und das für gut befinden. Genau, was sind die AMC Hackers? Für alle Amazon FBA-Seller, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, absolut ein Muss. Denn genau, da bekommt ihr ein Netzwerk, eine Community, die euch bei Fragen weiterhilft. Und genau, es macht auch einfach wahnsinnig viel Spaß, auf diesen Community-Events dabei zu sein. Die Gründer sind gute Freunde von uns und es gibt so oft Momente in der Gründung vom Unternehmen, wo man alleine dasteht und ein bisschen verzweifelt ist. Man hat keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Man braucht jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Ich hatte das Glück, dass ich eh Friedemann an meiner Seite hatte. Aber auch zu zweit gibt es manchmal Fragen, die so groß sind, dass wir auch zu zweit sie nicht alleine bewältigen konnten. Und da war es dann besonders geil, dass wir die Community hatten von unseren Freunden. Und mittlerweile ist die Community so groß geworden, dass du da Leute hast, die machen sechsstellige Umsätze im Monat, aber auch Leute hast, die siebenstellige Umsätze im Monat machen. Und man profitiert da von einem sehr großen Erfahrungsschatz. Und der Erfahrungsschatz ist auf beiden Seiten. Zum einen haben die Leute mit siebenstelligen Umsätzen im Monat sehr viel Erfahrung, aber die anderen Anfänger kennen sich mit den neuen Struggles sehr gut aus, die die großen Leute vielleicht vergessen haben, weil es Mitarbeiter von denen schon übernommen haben. Und dementsprechend befruchtet sich die Community gegenseitig mit ihrem Wissen. Und die haben jetzt das Startup-Programm, wo es verschiedene Vorteile gibt. Genau, es ist nicht nur die Community, sondern es gibt dort auch Trainer. Und das ist natürlich insbesondere für Anfänger interessant. Denn, genau, da wird man richtig an die Hand genommen. Und man hat auch noch ein paar weitere Vorteile, wie beispielsweise, dass man bei Compliance-Agenturen, bei Steuerberatern, bei Sourcing-Agenturen und so weiter und so fort, wenn man das mal braucht, dann bekommt man da spezielle Konditionen. Eben als AMC-Hackers-Mitglied spart da Geld. Und außerdem werden auch nur Partner weiterempfohlen, die durch die Community geprüft sind. Und ich kann es selber sagen, da draußen gibt es sehr viel Schindluder, gibt es sehr viel Scam-Agenturen. Und die Dienstleister, die bei den Hackers gelistet sind, denen kann man in der Regel schon mal vertrauen, beziehungsweise denen kann man auf jeden Fall vertrauen. Und das ist ein enormer Vorteil. Also, falls du Lust hast, dich da anzumelden, dann klick auf den Link in der Beschreibung und sag auf jeden Fall bei der Anmeldung, dass du über den Proaktiv-Podcast auf die Hackers gekommen bist, weil dann kannst du die Warteliste überspringen und brauchst nicht unnötig noch wochenlang warten. Und genau, kannst direkt loslegen mit deinem Amazon-Business. Let's go. Was würdest du sagen, jetzt, du hast ja schon gesagt, okay, durch immersive Erfahrungen, durch das Kennenlernen auf verschiedenen Ebenen, ich denke, das ist ein sehr zentraler Punkt, weil ich kenne viele Leute, die haben den Sportfreund, die haben den Chillfreund, die haben den Essengehenfreund, die haben den zum Konzertegehenfreund. Und das kann ja auch cool sein, aber so richtig den zweiten Balken baut man auf, wenn man den Freund in verschiedenen Situationen bei sich haben möchte. Gerade auf dem Segelboot, da hast du dich beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, beim Schwimmen, beim Spielen, beim Singen, beim Chillen, beim Buchlesen, beim Diskutieren, beim Lachen über banale Themen, beim hitzigen Diskutieren über kontroverse Themen, alles ist dabei. Und wenn das passt und es gut funktioniert, dann ist das natürlich ein tiefes Fundament, was man aufbaut. Auf der anderen Seite, wenn es nicht passt, merkt man das auch recht schnell und dann kann man das auch zurückfahren. Was ich mich jetzt frage, ist, wie bin ich denn ein guter Freund? Also was macht es aus, ein guter Freund zu sein? Weil die eigentliche Frage ist ja, wie kriege ich gute Freunde? Aber wie wir am Proaktiv-Podcast es immer gern machen, wir schmeißen die Verantwortung auf uns selbst zurück. Und das heißt, die abgeleitete Frage daraus wäre nicht, wie kriege ich einen guten Freund, sondern wie werde ich ein guter Freund? Und dann haben wir die Annahme, dass die guten Freunde dann daraus auch resultieren. Deswegen, Friedemann, was muss ich tun, um ein guter Freund zu sein? Was macht es aus, ein guter Freund zu sein? Also auch da gibt es, glaube ich, zwei Perspektiven. Die eine bezieht sich eher auf den ersten Balken und die andere Perspektive bezieht sich auf den zweiten Balken. Ich erzähle mal kurz, wie es jetzt in der letzten Woche war, vor allem in Bezug auf Balken 1, dort in dem Bereich ein guter Freund zu sein. Und da bedeutet es vor allem, einfach, dass Zeit mit dir zu verbringen wertvoll ist. Und was bedeutet das genau? Es ist lustig, es ist spontan, es ist abenteuerlich, es ist intellektuell anregend, dass man, dass du verschiedene Ebenen hast. Weißt du, dass man sich in den Armen liegt und kurz vorm Heulen ist, vor Lachen und gleichzeitig aber auch eine Stunde später Deep Talk macht. Dass du vielleicht ein paar witzige Sachen auf Lager hast. Und zum Beispiel, wie ich es letzte Woche gemacht habe und da ist tatsächlich eines zum anderen gekommen, das hat alles herrlich gepasst. Genau, und zwar, ich war wandern, alleine. Ich war dann da so ein bisschen überfordert, weil es gab irgendwie nur so bezahlte Touren, aber da hatte ich jetzt nicht so Bock drauf. Ich wollte einfach nur ein bisschen alleine da in so einem Naturgebiet hier rumwandern. Aber da hieß es dann, dass es gefährlich ist, weil da irgendwelche Diebe und sowas rumlaufen. Und dann habe ich da zwei andere gesehen, die aussahen wie zwei Reisende. Habe die angesprochen und gefragt, hey, wisst ihr, wo hier der normale Weg einfach ist? Das war alles nicht so offensichtlich. Und genau, die haben dann gesagt, ja, wir suchen den auch eigentlich gerade, aber eigentlich wollten wir auch gerade was essen gehen. Hast du nicht Bock, mit uns kurz auf was essen zu gehen? Und dann bin ich mit denen was essen gegangen. Und es war eine Kolumbianerin und ein Franzose. Und mit denen hat es direkt gematcht. Die waren total funny. Und ja, dann sind wir den ganzen Tag zusammen wandern gegangen. Und da hat sich dann schon mal so diese erste Basis eingestellt. Das war richtig cool. Und dann habe ich, dann haben wir tatsächlich später, habe ich dann erzählt, im Wald, dass ich ganz viel Salsa-Kurse mache und so. Und dann meinte sie so, ah ja, cool, ich tanze auch ein bisschen Salsa. Dann haben wir direkt im Wald ein bisschen Salsa gedanst. Das war ganz witzig. Und dann sind wir so verblieben, dass wir uns am nächsten Tag treffen und gemeinsam zu so einem Salsa-Social-Abend gehen, wo es erstmal eine Stunde gibt, so eine Anfängerstunde nochmal zum Auffrischen von den Basics. Und dann danach wird in die Nacht reingetanzt. Und genau, dann sind die da dazugekommen am nächsten Abend. Das heißt, da hatten wir schon mal zwei Perspektiven. Einmal beim Wandern kennengelernt und dann einmal bei der Salsa-Party, was natürlich auch wieder was sehr anderes ist. Eine sehr andere Art der Zusammenkunft. Und genau, da von den ganzen Salsa-Partys hatte ich dann auch noch eine andere Freundin kennengelernt. Und die haben die dann auch noch kennengelernt. Das heißt, die waren dann alle schon mal connected. Das heißt, wir hatten dann zu viert einen richtig schönen Abend. Und genau, das war schon mal total cool und hat richtig viel Spaß gemacht. So, dann meinte sie später, weil wir haben dann irgendwann über Kaffee gesprochen. Und ich meinte so, ja, in Kolumbien wird zwar toller Kaffee angebaut, aber richtig guten Kaffee trinken kann man irgendwie nicht an so vielen Orten, weil die Leute oft nicht wissen, wie man es richtig macht. Ich habe das Gefühl, in Italien beispielsweise oder auch in Deutschland mittlerweile hat ja jeder seine Siebträgermaschine und ist da total tief drin in der Philosophie. Aber hier wird der Kaffee leider teilweise an vielen Orten recht lieblos aufgebrüht. Und dann meinte sie so, ja, aber es gibt ja diesen einen Ort, da kann man wirklich richtig guten Kaffee trinken. Und dann haben wir uns für den nächsten Tag dort verabredet und sind dann Kaffee trinken gegangen. Das heißt, wir hatten jetzt schon eine Wanderung. Wir waren zusammen tanzen. Und jetzt hatten wir auch noch das Standard Kaffeetreffen sozusagen, aber was jetzt auch was sehr Besonderes war, weil es ging tatsächlich um den Kaffee, den wir da gemeinsam dann genossen haben, weil der nicht so leicht zu finden ist hier. Und genau, von diesem Kaffee aus dann, genau, hat es sich dann, wie kam das noch? Genau, da kam dann die Idee, ich wollte am nächsten Tag bei einem Freund, den ich hier habe aus Deutschland, der hier so halb ausgewandert ist, hin, vorbeischauen, weil der hat auf dem, also erstmal wollte ich Zeit mit ihm verbringen und gleichzeitig wollte ich bei ihm auch nochmal in den Pool springen, weil der hat so ein richtig geiles Rooftop hier mit einem richtig schönen Ausblick und einem ganztägig beheizten riesigen Whirlpool. Also es ist eigentlich ein Pool, der blubbert. Also es ist der Hammer. Und genau, dann dachte ich mir, vereine ich die doch einfach alle und bringe die alle zu ihm hin, der hat sich auch gefreut und dann waren wir da am nächsten Tag zu fünft auf diesem Rooftop und haben im Pool gechillt, haben da Party gemacht und wir hatten alles für uns. Irgendwie war keiner auf diesem Dach und genau, haben da insgesamt irgendwie fünf Stunden oder sowas dann abends im Pool gechillt, haben Sachen, so Spiele gespielt wie, irgendwann meinte die Kolumbianerin so, ja wir brauchen ein Spiel. So irgendwer, irgendwer muss jetzt hier ein Spiel mal aufbringen und dann habe ich so überlegt, so, oh shit, sowas bin ich richtig schlecht. Wenn irgendjemand so spontan irgendwas Interessantes, Spaßiges von mir fordert, dann fällt mir in der Regel nichts ein. Aber irgendwie ist mir dann noch von unseren ganzen Mitarbeiter-Kennenlern-Sessions und so weiter. Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ja, genau. Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Genau, das ist mir dann auch eingefallen. Und das haben wir dann gespielt, das war super witzig. Und warum war es witzig? Wir haben es natürlich nur auf Spanisch gespielt. Weil die Kolumbianer, also es waren zwei Kolumbianerinnen dabei und die eine konnte gar kein Englisch und die andere konnte so ein bisschen Englisch. Und der Franzose, der konnte perfekt Spanisch sprechen tatsächlich, fand ich sehr beeindruckend. Ich so ein bisschen und mein Kollege, der da in dem Poolhaus wohnt, der kann auch so ein bisschen Spanisch. Und dann haben wir da im Pool gechillt und auf Spanisch zwei Wahrheiten, eine Lüge gespielt. Das war sehr witzig. Und genau, danach sind wir noch essen gegangen. So, die Kolumbianerin meinte, ja, sie will auf jeden Fall Kebab essen. Und ich dachte so, what? Warum Kebab? Also, ich dachte mir auch so, nee, bitte nicht in Kolumbien so ein, ja, ein Döner. Und naja, dann sind wir auch tatsächlich in so einem Restaurant gelandet, welches so als deutscher Kebab gebrandet war, was, ja, das Leckerste dort war auf jeden Fall mit Abstand der Mango Lassi. Aber alles andere war, das war, ja, so halbwegs. So halbwegs. Aber es war trotzdem richtig, richtig witzig einfach, dann diese, ja, so ein bisschen so eine skurrile Situation zu haben mit so einer zusammengestellten Freundesgruppe, die sich noch gar nicht so lange kennt. Aber dadurch, dass wir alle so viel Zeit dann doch miteinander verbracht hatten bei der Salsa-Party, Kaffee und so weiter im Pool, dann doch so viel Vertrauen war. Und eine Sache, die ich noch mitgebracht hatte, wo ich wusste, das wird richtig witzig, in irgendeiner Situation wird es richtig witzig, das hatte ich nämlich kurz vor meiner Abreise, hatte ich diese Inspiration auf einer WG-Party bekommen, auf der ich zufälligerweise irgendwie von Freunden eingeladen war und dann noch spontan vorbeigeschaut bin, tatsächlich mit meinem kleinen Bruder zusammen. Und da lagen damals auf dieser Party auf dem Tisch verteilt überall so zwei, drei Tagestattoos. Und die Leute, aber richtig coole Motive, also jetzt nicht nur so diese Kindersachen, die man so aus der Kindheit kennt, sondern tatsächlich irgendwie coole Tattoo-Motive, die man sich dann ausschneiden konnte und sich dann gegenseitig auf dieser Party angebracht hat. Und ich dachte mir dann, okay, ich bin jetzt zwei Monate auf Reise, es wird mit Sicherheit an irgendeiner Stelle witzig sein, diese Tattoos dabei zu haben. Und dann habe ich mir vorher bei Amazon für 10 Euro so ein Tattoo-Set gekauft und hatte das die ganze Zeit dabei, ich habe es aber nie benutzt und dann hatte sich da die Gelegenheit ergeben, ich habe es einfach nur mitgebracht. Und in dieser Gruppe war es dann so witzig, dass wir uns die ganze Zeit gegenseitig tätowiert haben und dann haben wir eine Challenge gemacht bei diesem deutsch gebrandeten Keba-Prestaurant, ob die Bedienungen auch Bock hatten, ein Tattoo zu bekommen und dann eine Person musste dann fragen, ob sie das haben will und sowas und sie fand es total cool, hat sich dann eins ausgesucht, hat ihre Kollegin noch dazu gerufen und auf einmal waren wir dann bei diesem Keba-Prestaurant und auf dem Tisch lagen die Tattoo-Motive und dann haben sich die beiden Bedienungen da ihr Lieblingstattoo rausgesucht und fanden das richtig cool und haben sich das dann dran gemacht. Und ja, solche Sachen, weißt du mal, so einfach spontan sein, nichts davon war wirklich geplant. Weißt du, alles war immer nur so von Station zu Station geplant oder von Station zu Station spontan einfach so eine Eingebung. Wäre doch cool jetzt, wenn wir alle im Pool chillen würden. Oder ja, cool, lass jetzt was essen gehen. Und wenn man gleichzeitig so ein bisschen Munition hat, Munition wie zum Beispiel solche Einweg-Tattoos mitzubringen. Was ich auch selber sehr cool finde, sind Tarot-Karten. Ich glaube überhaupt nicht an diesen ganzen Astrologie-Stuff. Aber Tarot-Karten funktionieren auf einer rein psychologischen Ebene. Die Karten selber sagen dir auch eigentlich gar nichts. Die rufen eher Assoziationen in deinem Kopf hervor. Und das führt dann wiederum dazu, dass sich daraus lustige Geschichten ergeben. Und das ist im Grunde genommen auch einfach ein Werkzeug oder ein Spielzeug, womit man gemeinsam in die Interaktion treten kann. Und das funktioniert auch sehr gut, wenn man einfach mit Freunden mal gemeinsam sich Tarot-Karten legt und dann irgendeine bahnbrechende Erkenntnis dabei hat oder so. Und genau, wenn man so einen Stack hat an spontanen Sachen, die man einfach immer mal machen kann, dann fällt es mir zumindest sehr leicht, immer irgendwelche interessanten Momente ins Leben zu rufen. I like it. I like it. Und eine Sache noch, die ich dazu sagen will. Es lohnt sich auch, die Rolle des Connectors einzunehmen. Die Punkte miteinander zu verbinden. Die Leute zu verbinden miteinander. Zu sehen, das Gefühl zu entwickeln, die würden gut zusammenpassen. Wenn wir zu viert oder zu fünft irgendwie was unternehmen, dann würde das eine coole Gruppe ausmachen. Und dann auch zu gucken, okay, was machen wir denn jetzt? Ich kenne jetzt da den Salsa-Laden, da läuft die beste Party abends. Dann connecte ich jetzt die Leute mit diesem Abend, weil ich weiß, die werden da eine super Zeit da. Oder ich habe den Kollegen, der da einen Pool hat. Mit dem wollte ich mich eh treffen. Dann frage ich ihn doch einfach, der hat doch bestimmt auch Bock, wenn ich die Leute mitbringe. Cool, dann bringe ich die Leute mit. Und dann connecte ich verschiedene Leute zusammen mit einem neuen Ort, den noch keiner kannte, den alle total aufregend fanden. Und sozusagen die verschiedenen Ressourcen, die man in seinem Netzwerk hat, geschickt zu verknüpfen. Und genau, daraus können dann auch immer sehr magische Momente entstehen. Das ist ein Bereich, den ich noch verbessern kann. Also ich bin wirklich kein guter Connector. Ich bin immer, also ich habe ganz, 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 ganz selten irgendwelche Freundeskreise oder Freunde von mir aus Eigeninitiative connectet. Bin immer nur Nutznießer davon, wenn jemand mich mit in seine Connection reinholt. Aber selten connecte ich Freunde. So im Business-mäßig ist es ein bisschen anders, aber unter Freunden kann ich noch verbessern. Ich frage mich gerade, woran das liegt. Ich denke, ein Teil davon ist, dass mit den Leuten, mit denen ich einen großen zweiten Balken habe, so jetzt zum Beispiel dir, habe ich auch einfach Lust, mit dir Zeit zu verbringen. Und ich will dann einfach mit dir Zeit verbringen und fertig. Und bin dann happy und brauche, will gar nicht unbedingt dich jetzt noch mit Person 3 verbinden, mit der ich auch einen hohen zweiten Balken habe. Weil jetzt gerade möchte ich mit dir Zeit verbringen. Und dann eine Woche später möchte ich mit der Person Zeit verbringen. Und selten kommt es mir im Sinn zu sagen, ich möchte jetzt gerne mit beiden Zeit zu verbringen. Weil ich glaube, dass wirklich, dass das der zweite Balken vor allem durch One-on-One-Interaktion ausgebaut und gestärkt wird. Und so habe ich das auch auf dem Segelboot vernommen. Da war es so, dass immer, wenn ich dachte, oh wow, jetzt habe ich diese Person wirklich nochmal besser kennengelernt. Und man merkt ja, wenn die Freundschaft enger wird, wenn die Freundschaft besser wird. Und das war immer nach irgendeinem One-on-One-Gespräch. Und auch wenn ich jetzt zurückdenke an die einzelnen Gesichter, die dabei waren, wo ich mir denke, ah ja, da sind, denke ich, fast immer an One-on-One-Situationen zurück. Wo man irgendwie gerade vielleicht nebeneinander hergeschwommen ist und 20 Minuten geredet hat. Wo man beim Essen nebeneinander saß und da ein Gespräch miteinander geführt hat. Wo man auf dem Boot zusammensaß und über irgendwas geredet hat. Und das waren immer die Momente, wo die Freundschaft tiefer geworden ist. Alles andere waren Nice-to-have-Momente, so Balken 1, der immer sehr voll war. Aber hat nicht unbedingt dazu geführt, dass Balken 2 jetzt voller wurde. Und das ist immer dann in One-on-One-Situationen passiert. Und deswegen, das könnte, damit könnte ich mir erklären, dass ich nicht so gerne Leute miteinander verbinde, muss aber gleichzeitig auch sehen, dass alleine dieser Segelurlaub nur ein Akt von Connecten war. Und zwar nicht von meiner Connection, sondern von den zwei Hauptorganisatoren. Und ich wäre ansonsten gar nicht dabei gewesen und könnte gar nicht diese Geschichten erzählen. Und auch dann, nachdem der Segelurlaub vorbei war, sind wir in Stuttgart gelandet. Dann bin ich nach München gefahren, weil ein Freund Geburtstag hatte. Am gleichen Tag, dann habe ich den gefeiert. Und am Tag darauf war ich dann noch eingeladen zu einem Brunch. Auch wieder, wo eine andere Person mich connected hat mit anderen Leuten. Und das war super nett. Das hat super viel Spaß gemacht. Mit zwei Leuten, die ich da schon kannte, habe ich auch nochmal die Beziehung vertieft. Aber das ging nur, weil ich connected wurde. Florian, man will dich einfach überall dabei haben. Du hast gar keine Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, andere zu connecten. Weil du einfach selber sehr viel connected wirst. Und das ist doch auch was sehr Schönes. Gleichzeitig kann ich es auch sehr verstehen, dass man die Leute, bei denen der zweite Balken schon sehr hoch ist, wenn man die untereinander jetzt noch connected, ist das auch mal ein bisschen ein Risiko, was man eingeht. Welches sehr, wie immer mit Risiken, sehr tolle Früchte tragen kann. Aber gleichzeitig auch kann man sich nicht ganz sicher sein, wie die Dynamik sein wird im Vorhinein. Es kann auch sein, dass die einfach gar nicht miteinander viben und das dann irgendwie awkward ist. Und dann kann ich dir nicht mehr erzählen, wie nice das mit der anderen Person war an dem Wochenende. Du denkst, ah, der ist doch ein bisschen komisch und so. Ja, stimmt. Das spielt eine Rolle. Gerade Dreier-Konstellationen. Das spielt eine Rolle. Gerade Dreier-Konstellationen können auch immer sehr konfliktbeladen sein. Dann lieber irgendwie so eine Zehnergruppe zusammenwerfen oder mehrere Leute, die dann zusammen den Urlaub machen, wo jeder irgendwie immer jemanden findet. Bei Leuten, die sich alle noch nicht so krass gut kennen, das ist dann irgendwie auch nicht so risikoreich für dich. Wenn du jetzt irgendwie so drei, vier Bekanntschaften hast, die du jetzt alle gerade eine Woche kennst, schmeißt du alle zusammen. Das wird sich dann eh ergeben, wer am Ende noch überbleibt und zu den guten Freunden wird. Ich glaube, du triffst den Nagel auf den Punkt. Ja, ich werde viel connected. Ja, ich verbringe gerne Zeit one on one. Aber ich glaube, mein Hauptpunkt ist die Risiko-Aversion, die ich bei meinen Freundschaften habe. Ich glaube, das ist interessant. Ja, ich werde das weiterhin monitoren. Es gibt zwei Sachen noch, die ich mitteilen möchte. Und zwar beim darüber nachdenken, wie ist man ein guter Freund. Und für mich die Nummer eins Eigenschaft, um ein guter Freund zu sein, ist die Fähigkeit, jemand anderem Gutes vom Herzen zu gönnen. Weil, und ich weiß nicht, ob andere das auch so sehen, aber ich nehme das ganz, ganz, ganz doll wahr, ob Leute mir das Beste vom Herzen gönnen oder nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, und das Gefühl habe ich bei nicht vielen Leuten, dann ist mein Herz offen für dich. Also dann denke ich mir, oh krass, okay, ja, wow. Alles, ich will auch das Beste für dich, so ungefähr. Und das ist auch das Erste, woran ich denke, wenn du jetzt meine liebsten fünf Freunde aufzählst. Das ist das Erste, woran ich bei all den Leuten denke. Und deswegen, ich glaube, es gibt ja auch den Satz, du erkennst einen Freund nicht daran, ob du ihm schlechte Sachen erzählen kannst, sondern du erkennst ihn daran, ob du ihm gute Sachen erzählen kannst und er sich darüber freut. Also wen rufst du an, wenn irgendwas richtig Gutes passiert ist? Das sind deine, deine wahren Freunde. Und wenn ich so wirklich in mich reinhöre und frage, okay, mir passiert was richtig Heftiges. Irgendwie, I don't know. Wir, wir machen einen Wahnsinns-Deal, der, den wir gar nicht uns erträumen hätten können. So, dich würde ich direkt anrufen. Gut, wahrscheinlich machen wir ihn auch zusammen, aber wenn wir nicht zusammen machen, würde ich dich trotzdem direkt anrufen. Und wenn, und da gibt es noch ein paar andere Leute, die ich direkt anrufen würde, aber die Liste ist deutlich, 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 deutlich kürzer als die Leute, als die Anzahl der Leute, mit denen ich ansonsten so Zeit verbringe. Und wenn ich mich jetzt frage, was macht einen guten Freund aus? Für mich ist es, wie sehr wünsche ich anderen Leuten das Beste vom Herzen. Und ich glaube, das merken Leute. Und dann, und auch, wenn man, man sagt ja oft, dass es gut ist, auch irgendwie, also, dass man Freundschaften aufbauen kann, wenn man irgendwie auch Interesse an der anderen Person zeigt und all solche Sachen. Und ich glaube, das stimmt. Aber wenn du jemandem wirklich das Beste vom Herzen gönnst, dann kommt auch ein gewisses Interesse von alleine mit. Und das wird dann auch in deinem Interesse offensichtlich, ob du dem das Beste vom Herzen gönnst. Das ist, wenn du denen was Schlechtes erzählst, wollen sie, freuen die sich vielleicht sogar ein bisschen, baden die sich vielleicht sogar ein bisschen in deinem Leid? Finden sie den Gossip aufregend? Finden sie das Event, dass dir gerade was Schlechtes passiert, das aufregend? Oder fühlen sie wirklich mit dir mit? Und noch viel besser ist es, wenn dir was Gutes passiert. So, dann, dann, dann merkt man das auch. Und die andere Sache, die ich sagen wollte, ist ein Spiel. Kurz, kurz dazu nochmal zu dem Thema Gönnen. Da habe ich mich auch neulich mit einem hier aus meiner Spanischschule drüber unterhalten. Und er meinte auch, er ist super sensibel dafür, wenn Leute sich, wenn Leute ihm etwas nicht gönnen. Weil er war früher Spitzensportler, österreichischer Meister im Schwimmen. Und da ging es halt ganz viel um so Konkurrenz und wer sind wirklich deine echten Freunde und so weiter. Deswegen ist er sehr sensibel drauf. Und jetzt, wo du es eben gesagt hast, ich denke, was meine besten Freunde ausmacht, sind, die haben alle einen inneren Reichtum, eine innere Fülle. Sodass die schon übersprudeln mit Liebe, Energie und sich gegenseitig gönnen, dass die es gar nicht nötig haben, sich sozusagen, ja, den irgendwie sich selber zu erhöhen, indem der andere irgendwie einen Verlust hat oder so. Oder auch neidisch zu sein, haben die auch alle nicht nötig, weil die eben selber so einen inneren Reichtum haben. Und ich denke, diesen inneren Reichtum, den möchte man vor allem selber haben, damit man selber ein so guter Freund wird. Und ich glaube, je mehr man von diesem inneren Reichtum hat, und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das immer habe. Ich habe auch schlechte Momente, wo ich anderen vielleicht auch mal was nicht gönne. Aber ich würde sagen, ich habe mich in den letzten Jahren sehr dahin entwickelt, diesen inneren Reichtum zu kultivieren. Und ich merke, dass ich dadurch immer mehr auch andere Leute anziehe, die diesen inneren Reichtum auch haben. Und das ist, denke ich, das, was auch damit gemeint ist, wenn Leute sagen, um tolle Beziehungen zu haben, musst du erstmal an dir selber arbeiten. Dann, okay, was heißt das jetzt konkret? Ich soll jetzt an mir selber arbeiten. Bau diesen inneren Reichtum auf. Löse die inneren Konflikte, die vielleicht noch vorhanden sind. Vielleicht auch das Verstehen seiner selbst, sich immer besser zu verstehen. Vielleicht auch mal in die Kindheit zu schauen, zu gucken, was ist denn da passiert? War ich vielleicht immer neidisch auf meinen Bruder? Hatte ich immer zu wenig Aufmerksamkeit von meinen Eltern? Und sich zu fragen, wo entsteht denn da vielleicht so ein Liebesmangel in einem drin, wenn man merkt, dass der vielleicht vorhanden ist? Und wie kann ich den jetzt füllen? Und entdecke ich vielleicht Muster in mir, wie ich versuche, meinen Liebesmangel aus der Kindheit anhand der Degradierung von anderen Leuten irgendwie aufzufüllen? Und wenn man darüber so ein Selbstverständnis erstellt und ein starkes Bewusstsein erhält, dann kann man da auch sehr gut dran in Anführungszeichen arbeiten, diese innere Fülle herzustellen. Und ehe du dich versiehst, hast du es dann gar nicht mehr nötig, auf andere neidisch zu sein oder missgünstig oder die kleiner zu reden, als sie eigentlich sind. Und auf einmal willst du einfach, dass jeder in deinem näheren Umkreis zu der größten und besten Version wird und dass alle in größter Fülle leben. Und genau, ich finde, das ist das schönste Gefühl und daraus entstehen auch die schönsten Freundschaften. Absolut. Es hilft dafür, seine eigene Schiene schon zu haben. Also wenn jetzt jeder um uns rum einen 100-Millionen-Dollar-Deal macht und wir uns denken, wir sind bei weitem nicht da. Und dann könnte man ja irgendwie denken, okay, das könnte jetzt Raum für Missgunst bieten. Wenn wir aber selber einen Plan haben, um auch irgendwann mal da hinzukommen und das Gefühl haben, wir sind am richtigen Plan, wir sind schon in unserer Schiene, nur wir sind halt noch nicht am Bahnhof angekommen, dann kann man sich vom Herzen auch dafür freuen, wenn andere Leute es auch geschafft haben. Ich glaube, schwierig wird es, wenn man selber gar keine Aussicht hat, gar kein Potenzial hat, auch Ähnliches zu erreichen. Und wenn dann jemand anderes was hat, was man eigentlich möchte, aber man selber weiß gar nicht, wie man da hinkommt und hat auch gar nicht das Gefühl, dass man überhaupt eine Schiene gebaut hat, um zu diesem Bahnhof zu kommen. Ich glaube, dann wird es schwierig. Und ansonsten, wenn man die Schiene hat, dann kann man sagen, ja gut, das ist ein logischer Wegpfeiler, dass alle um mich herum das auch erreichen. Du bist ja die Summe der Leute, mit denen du dich umgibst und wenn du selber 100 Millionen Euro hast, hoffe ich, dass deine Freunde um dich herum auch irgendwann 100 Millionen Euro, oder wenn du selber 100 Millionen Euro haben möchtest, hoffe ich, dass die Leute um dich herum auch irgendwann 100 Millionen Euro erreichen werden. Manche früher, manche später als du, aber ihr solltet ja alle irgendwie auf dem ähnlichen Weg sein, wenn das das größte Ziel ist, was du erreichen möchtest. Du hast auch immer mal wieder in der Vergangenheit das Beispiel hervorgebracht mit der anderen Seite der Medaille. Man kann sich dann auch mal fragen, wenn man gerade denkt, wenn gerade tatsächlich der Fall ist, dass jemand im Freundeskreis, und bei uns passiert das häufig, irgendjemand mal irgendeinen richtig krassen Erfolg gefeiert hat. Junge, letzte Woche erst einer. Vetter Deal. Ja, der macht sich jetzt nie wieder Sorgen um Geld. Ja, und wenn man dann kurz sich denkt, das hätte auch ich sein können. So, sich dann einmal die andere Seite der Medaille vorstellen. Okay, möchte ich denn eigentlich, dass, wie würde es denn aussehen, wenn jetzt alle meine Freunde, die ich hätte, nie etwas erreichen würden? Und immer nur ich derjenige wäre, der absahnt, wenn überhaupt. Was das für mich bedeuten würde, wäre, dass irgendwas beispielsweise jetzt im Business-Bereich nicht stimmen würde. Weil das, was ich ja so liebe am Business, ist, dass es so fair ist. Weißt du, dass das Business etwas ist, was nicht diskriminiert. Es diskriminiert nicht auf deine Herkunft, es diskriminiert nicht auf deinen Bildungsstand, es diskriminiert nicht auf dein Alter, auf dein Aussehen. Und das ist alles egal. Egal, wer du bist, egal, wo du bist, egal, welchen Hintergrund du hast. Du kannst in der Business-Welt, wenn du einfach Leistung lieferst, kannst du dir was aufbauen. Und das liebe ich daran, dass es einfach so zugänglich ist. Grundsätzlich zumindest. Und wenn jetzt aber niemand in meinem Umkreis irgendwie auch mal Erfolge haben würde, dann wäre ja irgendwie auch was falsch. Aber so ist es ja nicht. Sondern ich denke mir immer, wenn ich jemanden sehe, boah, cool, der hat jetzt zwei, drei Jahre lang richtig gestruggelt und jetzt zündet es richtig, denke ich mir, geil. Wieder einmal bestätigt, die Business-Welt funktioniert noch. Oder irgendwie, die haben irgendwas ganz anders gemacht als alle anderen und haben sich da einen Weg überlegt, wie es bei ihnen funktionieren kann. Und tatsächlich am Ende funktioniert es. Vielleicht ein bisschen Struggle, haben alle immer mal phasenweise. Und danach geht es wieder weiter und so. Es ist immer wieder die Bestätigung, cool, es läuft richtig gut und es funktioniert noch. Und wenn es jetzt nicht so wäre, wenn alle es über Jahre hinweg versuchen würden, alle nur struggeln würden und niemals mal jemand richtig was reißen würde, dann würde ich vielleicht selber auch irgendwann den Glauben an die Gerechtigkeit verlieren und denken, okay, irgendwas scheint hier nicht ganz zu stimmen. Absolut. Ja, ich will noch, du hast gerade eben gesagt, man muss ab und ab und ab, es ist gut, wenn man so ein paar Sachen im Repertoire hat. Und das Spiel, zwei Wahrheiten, eine Lüge, das habe ich ja quasi schon erraten, weil ich bin auch richtig schlecht und sowas. Und das ist das Einzige, was mir eingefallen wäre von unserem Team-Events. Und ich habe jetzt aber noch ein zweites aus einer ähnlichen Kategorie, was ich dir und dem Zuhörer, du dir als Zuhörer auch an die Hand geben möchte. Und das habe ich auf dem Boot kennengelernt. Und ich weiß nicht, wie es heißt. Ich nenne es jetzt einfach mal Intuition. Also, das Spiel nenne ich Intuition. Und zwar funktioniert das so, dass wenn man in einer Gruppe ist, dass man, nehmen wir an, wir sind fünf Leute. Dann sage ich irgendeine Kategorie, ich sage jetzt mal Harry-Potter-Charaktere, nenne fünf Harry-Potter-Charaktere. Voldemort, Dumbledore, Snape, Harry, Hermine, Ron. Und, was waren sechs? Ja gut, einer weniger halt. Und dann muss die Gruppe jeder Person einer dieser Charaktere zuordnen und das begründen. Und wenn wir jetzt fünf Charaktere haben und fünf Leute in der Gruppe, dann muss man zwei Minuten warten, weil da muss man erstmal drüber nachdenken. Okay, wer passt denn jetzt am besten zu Dumbledore? So, oder wer passt am besten zu Voldemort? Und dann sage ich irgendwann, okay, Voldemort. Und dann zeigen alle auf die Person, die am wahrscheinlichsten Voldemort ist. Boah, krass. Und dann gibt es eine Erklärung, warum. Und dann Harry und dann zeigen alle auf die Person, die am wahrscheinlichsten Harry ist. Und man kann das auf unterschiedliche Arten und Weisen spielen. Aber so wie wir das gespielt haben oder so wie sich das bei uns entwickelt hat, wurden die Verbindungen immer positiv geknüpft. Also es war jetzt nicht, du bist Voldemort, weil du bist egoistisch. Sondern wir haben das zu dritt gespielt und dann ging es, glaube ich, ich glaube um Snape, Dumbledore und Voldemort. So, und die eine Person, die Snape war, die war Snape, weil sie alles für die Liebe tut. Und so, und Snape ist ja eigentlich ein böser Charakter, aber ganz am Ende stellt sich heraus, dass er voll der Gute ist und alles für die Liebe zu der Mutter von Harry gemacht hat und solche Sachen. Und das wurde dann bei ihm herausgestellt. Dumbledore, ja, der ist ja eh eher ein positiver Charakter. Ich war Voldemort. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe mich aber auch selber auch Voldemort gegeben von den dreien. Und dann meinten die anderen beiden, ja, Voldemort bist du, weil Voldemort hat einen unglaublich starken Willen. Voldemort ist unglaublich mächtig. Voldemort hat Werte, die er verteidigt, auch wenn andere dagegen sind. Weißt du, das sind so Sachen, denke ich mir, ah ja, das sind tatsächlich auch positive Eigenschaften an Voldemort, obwohl Voldemort natürlich voll scheiße ist. So, und das dann über verschiedene Runden zu spielen, wo es dann irgendwann ging es um Länder, dann irgendwann ging es um Körperteile. Ah, interessant, ja, verstehe. Also dann war Hand, Auge, Nase, Bein. So, und Auge war die Person, die nicht so viel sagt, aber alles im Blick hat. Hand war der Macher in der Gruppe, der Macher mit Tatendrang und Stärke. Und man lernt die Leute da besser kennen, aber gleichzeitig ist es auch so schön gegenseitig, die positiven Eigenschaften an sich hervorzuheben. Und das war ein Spiel, was ich mir gemerkt habe. Es hat Spaß gemacht zu spielen, man spielt das zusammen. Ich mag ja eh nur Spiele, die man zusammenspielt, weil wenn man gegeneinander spielt, dann werde ich so... Kommt der Voldemort raus. Und das ist immer nicht so positive Freundschaften. Und ja, deswegen, das ist ein Spiel, was man als Repertoire haben kann. Hammer, cool. Danke dafür. Das gefällt mir richtig gut. Und abschließend möchte ich noch mit einer ganz kleinen Story. Und zwar, wir haben jetzt ja auch gerade wieder bei Neid und so darüber geredet, was ist, wenn jemand einen großen Deal macht und solche Sachen. Und was mir jetzt beim Segeln nochmal aufgefallen ist, ist, dass wir schon... Also, dass Freundschaften das ist, worauf auch die Superreichen irgendwie neidisch sind. Weil wir sind... Wir hatten ein großes Boot, so größer als das normale Boot, was so normale Leute chartern. Aber trotzdem immer noch eine normale Segeljacht, jetzt nichts Großes. Und so die normalen Boote sind alle so 12 bis 14 Meter lang und wir waren halt zwei Meter länger. Und dann sind wir irgendwann mal in einer Bucht angekommen. Und da sind mir zwei Boote aufgefallen. Das eine war einen Ticken länger als unseres, aber super edel. Richtig, richtig edel, richtig schick und kostet neu 1,8 Millionen. Und ein anderes Boot, da musste man nicht weit schauen. Das war einfach so riesig, so ein Segelboot. Das ist also gigantisch. Größer als jedes Haus, was man kennt von der Quadratmeterzahl. Und einfach überproportional groß. Das konnte in keinen Hafen reinfahren und gar nichts. So, die beiden sind mir aufgefallen, aber drumherum standen noch zehn andere Segelboote. Aber die beiden sind mir aufgefallen. Und wir haben dann geankert und haben uns hinten hingesetzt und haben richtig laut Musik gemacht und haben die ganze Zeit mitgesungen. Und im Hinterkopf dachte ich so ein bisschen, okay, das ist jetzt cool, so mitzusingen. Aber vielleicht stört es auch die Nachbarn, weil über dem Wasser hört jeder die Musik, die du hörst. Und es ist auch so ein bisschen assi, aber wir hatten einfach die beste Zeit, haben richtig geweibt und es war auch einfach egal. Und es hat sich auch niemand beschwert. Und solange sich niemand beschwert, kann man auch machen, was man möchte. Auf dem Wasser und auf dem Wasser und dann irgendwann nach einer halben Stunde fett Musikblasten, gucken, drehe ich mich um und sehe alle Leute von der ultra mega riesen Yacht, wie sie am Rand von ihrem Balkon stehen von ihrer Yacht und alle heftig mittanzen und richtig abgehen. Und auch mit Teil von dem Vibe sein wollen. Und dann haben wir die Musik noch lauter gemacht und dann haben wir so getanzt und die haben getanzt und das waren alte Leute, die waren alle 80 oder 70. Und die sind aber richtig, richtig abgegangen auf ihrem Boot. Und dann dachte ich mir, krass, okay, jetzt das größte, das mit Abstand größte Boot dieser Bucht feiert das auch. Okay, jetzt haben wir Rückendeckung. Und sind dann nachher beim Essen gehen an denen vorbeigefahren und die haben gesagt, ja, wir lieben einfach euren Vibe und kommt doch mit zu uns aufs Boot. Und wir trinken noch was gemeinsam und wir mussten halt dann Abendessen oder wollten dann Abendessen und sind dann nicht mit aufs Boot gegangen noch. Und dann beim Abendessen kamen irgendwann zwei Männer auf uns zu und haben uns einfach gefragt, wo wir herkommen. Und ich hatte das Gefühl, die wollten mit uns einfach interagieren und reden. So haben ganz viele Fragen gestellt. Und dann stellte sich irgendwann heraus, dass das die Männer waren, die auf dem Boot direkt neben uns, diesem schicken, zwei Meter länger Boot waren, was so sehr, sehr hochwertig war. Und dann haben die mit uns geredet und haben einfach ganz viele Fragen gestellt. Ja, woher kennt ihr euch und voll schön und macht das immer, bla, bla, bla. Und dann am Abend dachte ich mir, witzig, die beiden Boote, auf die ich geguckt habe, wo ich dachte, oh wow. Also das Boot ist jetzt nochmal eine Kategorie krasser als unser Boot. Das waren dann am Ende die Leute, die mit uns reden wollten, die mit uns sich austauschen wollten, die die Teil von unserer Freundschaftsenergie gerne für sich abgucken wollten. Und ich dachte mir, ja, das ist der wahre Wert, den wir haben, weil keiner von uns wollte was mit denen reden. Keiner von uns wollte mit denen Interaktionen treten. Aber die beiden sind zu uns gekommen. Und das war für mich nochmal eine Bestätigung, dass noch viel wertvoller als das Geld, was man haben kann oder die Yacht, die man haben kann, auf der man ist, sind die Inhalte, die man hat. Und das sind Freundschaften. Dazu haben wir ja vor einem Monat eine Folge gemacht, Lebensinhalte oder Hüllen. Und all das, auf das man guckt, all das, auf das man normalerweise neidisch ist, sind normalerweise, sind oft Lebenshüllen, aber keine Inhalte. Und das, worauf die Leute mit vielen Hüllen eifersüchtig sind, sind die Lebensinhalte. Und das ist dann wieder so ein bisschen wie diese Geschichte von dem Bauern, der in seinem Dorf jeden Tag zwei Fische fängt, damit seine Familie ernährt, am Strand mit seinen Freunden chillt und singt und die beste Zeit hat. Und einfach sein Leben genießt, wo dann irgendwann so ein Business-Typ kommt und meint, ja, und hier, lass noch ein zweites Boot kaufen, dann kannst du noch mehr Fische fangen. Und dann sagt der, ja, und dann? Ja, dann können wir eine Firma draus machen, dann kannst du noch ein viertes Boot mit Angestellten und bla, bla, bla. Ja, irgendwann hast du so viele Boote, dass wir an die Börse gehen können. Und sagt er, ja, und dann? Na ja, wenn du an der Börse bist, dann verkaufen wir das Unternehmen, du kannst ganz viel Geld und hast dann Geld bis in alle Ewigkeiten. Und dann sagt er, ja, und dann? Ja, dann kannst du am Abend mit deiner Familie chillen, kannst im Dorf Musik machen und dein Leben genießen. Also genau das, was er jetzt gerade schon macht. Und ja, das hat mich daran erinnert und ich dachte mir, die Sachen, auf die Leute, die alles haben, eifersüchtig sind, sind Sachen, um die man sich mehr kümmern sollte. Und wenn ich mir darüber nachdenke, wie kümmert man sich wirklich drum? Also lass mich mal in deinen Kalender schauen, Friedemann, oder auch in meinen Kalender. Wo sehe ich da die Freunde? Sind die da irgendwo gescheduled oder sind die nur Nutznießer von der freien Zeit, die du ansonsten gar nicht anders hättest allokieren können? Und ich glaube, der Trick für gute Freundschaften, für gute Lebensinhalte ist Proof of Work, ist, sich Mühe zu geben, ist es, die zu schedulen, Herzblut reinzustecken und auch eigene Energie reinzustecken, ob es jetzt als Connector ist oder als Teilnehmer, ob es als jemand ist, der einfach noch ein nices Spiel mit reinbringt oder einfach gute Gespräche hat, ob es jemand ist, der auf verschiedenen Ebenen super angenehm und ein wertvoller Ad ist. Egal, was es ist, Proof of Work is the way to go. Und genauso wie ich, wenn ich jetzt meinen Körper trainiere, da muss man Consistency haben, man muss Beständigkeit haben. Es reicht nicht einmal, für eine Woche ein heftiges Workout zu machen, dann nie wieder, so wie du es auch am Anfang gesagt hast. Es reicht nicht, eine heftige Immersion zu haben, man braucht viele Immersions oder man macht regelmäßig irgendwas. Und ich glaube, dann entfaltet man den Zauber des Lebens und das ist, gute Beziehungen zu haben. Und das passt ja auch in die Geschichte der Menschheit und passt auch in das, wie ich es empfinde, immer wenn ich Zeit mit Freunden verbringe. Ich bin noch zufriedener, noch happier, als ich es sonst bin. Und ja, ich freue mich, das über die nächsten Jahre noch weiter auszubauen. 100 Prozent. Was für eine schöne Geschichte noch zum Ende. Und da fällt mir auch ein, dass ich zum Beispiel die letzte Woche alles, was ich da gemacht habe, was diese spontane Freundesgruppe hier vor Ort so gestärkt hat, nichts davon hat wirklich Geld gekostet. Kann man vielleicht sagen, okay, der Pool, ja, man muss in so einem Gebäude wohnen, wo es einen Pool gibt, blablabla. Aber irgendwen, der einen Pool hat und der, oder wie jetzt in deinem Fall, eine Superjacht, der aber ein bisschen was von deinen Vibes abhaben will, findet man immer. Weil so ist es tatsächlich. Du kannst dir die Superjacht kaufen, aber du kannst dir nicht die Vibes kaufen. Für die Vibes musst du halt wirklich cool sein. Und ja, das ist unbezahlbar. Absolut. Und mit diesen Worten freue ich mich aufs nächste Mal, Friedemann. Wieder in Fleisch und Blut gemeinsam im Studio. Yes. Das wird auch richtig nice. Ich freue mich drauf, Mann. Ja. Bis zum nächsten Mal. Cool. Yo. Bis zum nächsten Mal, Florian. Ciao. Bis bald. Danke, dass ihr alle wieder dabei wart. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich noch den Proaktiv-Letter auf proaktiv-podcast.de Und ansonsten freuen wir uns darauf, euch nächstes Mal wieder in unserem Studio zu sehen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.